Ein Thema, was in vielen Coaching-Sessions immer wieder auftaucht bei Klienten und Klientinnen, ist unsere mangelnde Erdung. Unsere mangelnde Erdung. Das bedeutet, wir sind als hochtechnologisierte, moderne Menschen viel zu sehr im Kopf. Viel zu sehr unsere Lebensenergie ist viel zu weit oben die ganze Zeit. Da kann ich hier dieses Telefon nehmen und dann bin ich mit meinen Augen immer auf dem Schirm. Immer oben, immer Augen auf dem Schirm. Hier, Kamera, Schirm. Das heißt, was uns wirklich helfen kann, um diesen Ausgleich herzustellen zwischen Technologie benutzen oder von Technologie benutzt werden, wo wir uns unfrei fühlen, wo wir dann das Telefon auch als ein starkes Suchtinstrument empfinden, was es ist. Dann kommen wir da aus dem Ungleich, da kommen wir in ein Ungleichgewicht. Wir kommen aus der Balance, wir fallen aus der Balance raus. Und eine einfache Sache, die wir da machen können, ist Erdung. Da können Yoga-Übungen helfen, da kann Tai-Chi helfen. Da kann es so eine einfache Sache helfen, wie zu lernen, durch die Nase in den Bauch zu atmen. Hast du das schon mal probiert? Hast du mal beobachtet, wie du atmest? Atmest du in den Brustraum rein oder lässt du den Atem auch mal eine Etage tiefer sinken, sodass sich die Bauchdecke bewegt? Das wäre die normale Atmung. Die Bauchdecke bewegt sich beim Einatmen nach außen und beim Ausatmen geht die Bauchdecke rein Richtung Wirbelsäule. Das betont die Körpermitte. Und damit wäre schon mal ein Riesenschritt Richtung Balanceenergie nach unten. Und jetzt hatte ich dieses Thema gerade mit einer Klientin und meine Empfehlung war, rausgehen. Barfuß mal über die Wiese laufen, sich barfuß mal auf die Wiese stellen. Und dann einen Baum setzen. Einen Baum, der dir von der Größe und irgendwie dich anspricht. Da gibt es ganz viele verschiedene Bäume, große, kleine. Aber der Taoismus hat das immer wieder auch als Praxis empfohlen. Und das kommt nicht von ungefähr, dass so viele Meisterinnen und Meister unter Bäumen praktiziert haben. Im Rücken. Habt den Baum im Rücken. Kann man auch mal hingehen, kann man mal anfassen. Das erdet. Natur erdet. Technologie erdet uns überhaupt nicht. Aber frische Luft atmen, grün sehen, blauen Himmel sehen, Regen riechen. Gerade frischer Regen, der auf Erde gefallen ist, schon der Geruch erdet, bringt uns mit dem Element Erde in Verbindung. Das sind hilfreiche, einfache Dinge. Langsam gehen, aufmerksam gehen. Über den Boden. Erdenergie reinlassen ins System, in den Wald gehen, Wald baden. Das sind hilfreiche Dinge zum Thema Erdung.